Hi, ich zeige dir heute das neue AutoWatch Playlist Feature von PropFrex on Air Version 4. Zunächst, was ist das? Du hast hier deine Ausspielinstanz von PropFrex on Air, die zum Beispiel jetzt streamt und nun kannst du über eine andere Instanz die gerade laufende Playlist editieren, also klassisches Beispiel, Moderator steht im Studio, ein Beitrag muss noch ausgetauscht werden, der zum Beispiel in einer halben Stunde kommt und Redakteur kann von seinem Arbeitsplatz aus diesen Beitrag austauschen, indem er einfach die Playlist editiert und dann wird das on the fly im Sendestudio registriert, automatisch von PropFrex und die Playlist wird on the fly ausgetauscht und verändert. Wie funktioniert das? Als allererstes muss folgende Bedingung gegeben sein und zwar, dass hier über den Scheduler die Playlist geladen wurde. Das heißt, hier gibt es einen eigenen Scheduler Eintrag und in meinem Skript muss die Playlist über Load Playlist geladen sein. Das heißt, ich brauche eine konkrete Playlist Datei, die ich dann an einem anderen Arbeitsplatz und einer anderen PropFrex Instanz öffnen und bearbeiten kann. Das nächste ist, dass ich in den Einstellungen von PropFrex on Air hier unter Playlist Settings den Haken bei AutoWatch Playlist References setzen muss. Das heißt, ab dann achtet PropFrex darauf, ob eine Playlist, die gerade im Scheduler ausgespielt wurde, irgendwie verändert wurde und lädt das dann dementsprechend nach. Das heißt, alle Änderungen, die ungefähr ab dem zweiten oder dritten Lead, nach dem gerade laufenden, gemacht werden, werden registriert. Denn eine Änderung wird erst kurz nachdem ein Lead ausgespielt wurde und der Player neu geladen ist, registriert. Das ungefähr zum Ladezyklus oder zum Nachladezyklus. Das heißt, ich wechsle jetzt hier auf meine andere PropFrex Instanz und werde jetzt hier Seed rausschmeißen. Also dort schmeiße ich jetzt hier via Remove das Lied einfach raus und STRG S speichere ich die Playlist. In dem Fall ist meine Playlist ganz simpel über OwnCloud hier gespeichert und sobald jetzt hier die Playlist einmal hoch und wieder runter geladen wurde und ein Song zu Ende ist, müsste dann Seed hier automatisch rausfliegen. Und jetzt haben wir es gerade gesehen, Seed wurde aus der Playlist entfernt, obwohl es bereits im Player geladen war. Also so einfach funktioniert dieses AutoWatch Playlist Feature in PropFrex on Air. In diesem Sinne, viel Spaß damit.